hallo liebe leute und herzlich willkommen zurück zu the binding of isaac after birth die nächste challenge steht an challenge nummer 27 wir haben schon mehr als die hälfte geschafft beim letzten mal sind wir ja was haben wir denn gemacht wir sind mit link durch den keller gegangen im prinzip könnte man das sagen i rule oder auch hyrule wie auch immer man es gerne nennen mag ich nehme an es war daran angelehnt mal schauen ob die nächste auch an irgendetwas angelehnt ist es war ziemlich cool das war eine schöne challenge das gibt mir ein kleines bisschen mut für die nächste wobei auf der anderen seite langsam muss man wieder was richtig hartes kommen schätze ich brains 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 das klingt irgendwie nach zombie ich schätze wir spielen das baby ich schätze wir haben das hirn von anfang an vielleicht noch irgendwie sowas wie common cold oder so vielleicht weil oder oder virus das virus passt auch ganz schön wir schauen mal mal gucken oder gibt es gleich ein böses bild zu anfang okay das ist interessant wir haben den pub anfang das ist ja wahnsinn wir müssen oh gott wir müssen die chest schaffen ich weiß gar nicht ob das die dark chest ist sollte andere oh gott wir haben nur brains dafür drei davon drei davon holy moly und können sonst nicht schießen das ist tatsächlich ein problem das ist nicht das ist gar nicht schön achten wir können über sachen drüber laufen wir können mit den hirn auch sachen anschießen das ist auch nicht schlecht und nicht getroffen das ist cool zu wissen und das ist auch sehr schön das kommt man so auch in geheimräume rein ich glaube nicht ne es gibt schon mal shops das ist schön zu wissen bläm bläm damit warum ist die gerade warum ist die gerade groß geworden die fliege das finde ich nicht lustig das finde ich gar nicht lustig bad gas ja prima bringt uns natürlich nichts oh du schande oh du schande das ist das ist gar nicht so schön finde ich ganz ehrlich das gefällt mir nicht wie ist das mit dem das feuer kriege ich nicht aus ja okay in die platt laufen möchte ich das vielleicht lieber nicht wir haben ich weiß gar nicht wie groß der explosionsradius hier jetzt gerade ist oh guck mal da gibt es noch eine münze es gibt scheinbar keine itemräume das ist schon mal nicht so toll eigentlich aber wir vergiften die gegner das ist gut das gefällt mir bläm bläm wir kriegen ein leben und ich glaube leben ist tatsächlich das was wir hier sehr gut gebrauchen können ähm schaden machen wir mit dem kram schaden machen wir ganz gut die frage ist überleben wir den quark auch wenn wir zum beispiel solche gegner finden wenn die halt schneller sind als wir dann haben wir nämlich definitiv probleme gegen sowas okay bläm da haben wir noch einen getroffen müssen warten erstmal bis wir neue kriegen shit das war blöd jetzt haben wir dann nämlich wieder welche rumhängen die wir nicht so richtig toll totkriegen ah einer noch komm wobei danach wahrscheinlich noch ja spinnen kommen auch oh gott wie soll ich den jetzt totkriegen sag mal jo hier gibt es in münzen retrovision na super ähm wow das war close zu close finde ich oh gott ich hätte ganz gerne eigentlich dass wir jetzt eine von den spinnen treffen während die so nebeneinander hereiern damit wir ja genau so so ungefähr habe ich mir das vorgestellt damit da ist noch eine drin kaboom den pushpin der pushpin bringt uns natürlich nix plöp 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 oh warum habe ich das nochmal gemacht ich weiß es nicht weil ich sowieso kein anderes äh spacebar item habe ist kein wirklich toller grund muss man sagen wenn wir nicht auch noch so langsam schießen würden mit den dingern ne das nervt auch ein bisschen okay oh gott ich will nicht ich bin auch nicht besonders schnell ne das ist nicht schön irgendwie und ich schieße halt auch nicht allzu schnell wenigstens haben wir mehrere hier ne weil sonst wird das ja ewig dauern bis wir hier irgendwas hinkriegen so können wir wenigstens ein kleines bisschen mehrere in der gegend rumschießen oh gott in der gegend rumschießen wobei das müsste ne es reicht nicht schade ich dachte gerade das reicht doch bestimmt dass wir alles alles auf einmal kriegen so guck mal den pushpin den tu mal weg den braucht man nicht da ist das besser ähm ich habe nicht genug münzen für ein item äh für ein shop item raum gibt es ja nicht oh gott blam und blam ganz viele getroffen überlege gerade hier kann theoretisch ja zum beispiel so ein so ein stein drin sein ein lucky stone und dann kriegen wir eine menge geld wenn wir einfach steine platt latschen was gar nicht so schlecht wäre denke ich oh gott oh gott oh gott oh gott na kaboom äh ich mach die mal auf weil vielleicht wenn hier noch spinnen drin naja guck mal immerhin was ich eigentlich sagen wollte vielleicht wenn da noch spinnen drin sind dann äh töd ich die einfach mit auf einmal so ein neuer Schlüssel warum nicht ha und nochmal komm ha oh oh das hat nicht ganz gereicht weiß gar nicht ob so ein lucky stone tatsächlich in normalen steinen drin sein kann oder drin ist wenn man davon genug sprengt bei dem poop ist es ja glaube ich immer so da hat jeder normale poop glaube ich die chance so einen komischen lucky poop zu spawnen ah los stirb es ist sehr komisch jetzt zu wissen dass man nicht mehr mit dem Schild spielt das war nämlich immer eine sehr sehr schöne Seite oh gott auf der einen Seite hilft mir das gegen die äh mit den Hirnen auch nicht jetzt hab ich auch noch drei von den nicken oh gott Hilfe die sind so flott die sind so schnell aber sie sterben schnell das ist gut das ist sehr gut so Monstro oh gott der hat natürlich auch noch wieder Ads dabei ne muss ja wär ja langweilig wenn nicht so erstmal die Ads töten jetzt haben wir für ihn ja Zeit mehr oder minder der wird da auch noch vergiftet das ist immer gut das zumindest gefällt mir ganz gut oh gott ong ong gut dass wir schon oft eigentlich das Ding hatten ne weil so können wir damit halbwegs umgehen würde ich sagen ja achso ne die kriegen wir ja nicht kaputt das will ich nicht haben nicht für drei dann gehen wir wohl weiter nach unten viel mehr haben wir hier nicht zu suchen langsam so ein Shop wär schön und wobei wir da eigentlich auch hauptsächlich wahrscheinlich Leben kriegen und brauchen könnten oh gott ja natürlich dankeschön ich bin zu langsam ich komm davon nicht mal weg das ist ja super oh ne da bin ich doch auch nicht ganz so langsam für wir müssen jetzt allerdings warten bis wir zwei wieder haben sonst kriegen wir die nämlich sowieso nicht tot es sei denn natürlich ja das funktioniert aber doch ganz ganz brauchbar das hier könnte auch ganz gut funktionieren wenn wir die alle so ein bisschen genau so ein bisschen zusammen ziehen das war der Plan und er ist sogar ganz gut aufgegangen ich bin erstaunt und froh darüber oh gott stirb ich werfe mit meinem Hirn nach dir stirb ha gibt sogar noch ein blaues Herz dafür boom immerhin töten wir sie alle auf einmal Mist ich hab die anderen nicht mitgetroffen wir haben auch eine Münze zu wenig damit wir irgendwas im Shop haben get out of jail free car die hatten wir irgendwie freigeschaltet und ich weiß grad ehrlich gesagt nicht genau was sie tut arg wenn ich jetzt wüsste was die tut ich frage mich ich könnte mir gut vorstellen dass die möglicherweise erstmal nehmen wir natürlich kurz das und ich glaube ich werde das auch behalten die Bibel gut und schön aber Leben wieder kriegen ist cooler ich glaube die öffnet irgendwie alle Türen oder sowas in einem Raum was halt ja weiß ich nicht theoretisch ganz cool sein kann wahrscheinlich in den meisten Fällen einfach gar nicht ist land beide auf einmal und schade also ja Speeddown natürlich als hätten wir nicht schon zu wenig Speed oh Gott danke dass da gleich zwei waren das war dämlich ich bin auf den Stein gelaufen auf den falschen wir haben immer noch nicht ein zusätzliches eine zusätzliche Münze gefunden oh guck mal ein Spectral Buddy blam der kann sogar auch schießen das ist doch auch ganz schön noch so ein hässliches Viech boom okay naja besser als nichts ne der Spectral Buddy ich darf nicht über die Pilze laufen das ist das Problem wenn die sonst machen die irgendwelche irgendwelche Fürze und das ist schlecht für mich hm oh Gott das ist auch nicht schön für mich hat aber funktioniert so ja da bin ich auf einen Pilz gelatscht das war auch nicht der Plan wenn wir mal ehrlich sind das aber das hat sogar ganz gut funktioniert so so und so ne mehr nicht okay Pestilenz oh Gott muss denn das ja muss denn das sein mit der Pestilenz ah das hat doch schon mal wunderbar funktioniert da sind auch direkt die Erz mit gestorben das war der Plan des Ganzen ich darf mich nicht zu sehr hier mit dem komischen Baby äh anfreunden mit den Schüssen davon weil eigentlich will ich das ja gar nicht also ich will das nicht dass das die ganze Zeit rumschießt äh beziehungsweise ich will mich nicht darauf verlassen und dann irgendwie von den Bomben gefressen werden also wenn die neu spawnen guck mal da können wir einfach so rein das ist schön da lass die mal schnell an mich so das hat nicht so funktioniert wie ich das gerne gehabt hätte ne ich kann da nicht einfach so stehen bleiben das ist schlecht aber solange ich hier stehen bleibe treffe ich die zumindest oder treffe ich ihn ohne dass er mich trifft ah das Schöne ist wenn er tot ist dann kann ich mir trotzdem noch warte mal wir nehmen das mal ganz kurz bringt das was? nein gar nichts okay äh meine Intention gerade war dass wir jetzt schon zwei Sachen haben um für eine für eine für eine coole guppy Umwandlung das ist natürlich toll friss mein Hirn bam du mega fett du bam und nochmal eins wah jetzt aber komm bam gleich müsste noch eins spawnen genau ich könnte natürlich jetzt also theoretisch hätte ich hier das get out of jail Zeug nehmen können so wenig da ich hab so wenig Speed der kommt mir so stark hinterher blam so jetzt müssen wir erstmal gerade äh muss ich mich erstmal am Ohr kratzen es juckt unter den ach so unter den äh Kopfhörern so wir kriegen noch ein halbes Herz oder ein ganzes Herz wir sind jetzt nur noch auf einem halben so ich geh erstmal hier lang wir sind recht langsam unter oh Gott wir sind recht langsam unterwegs ich hätte gerne das Viech eigentlich tot das neue ausspuckt davor Schande das da unten hätte ich auch ganz gerne tot dann machen wir doch das zuerst so dich auch und dich schon mal jetzt können wir mit dem Brother hast du nicht gesehen rumschießen das bringt aber nicht das bringt aber nicht so viel wie ich das gerne hätte schade ich dachte ich kriege jetzt zwei damit hat aber nicht so funktioniert oh oh nein ah zu viele damn it sie haben mich erwischt ah ja es hat irgendwie funktioniert so das gibt auf jeden Fall dieses Mal endlich den Shop in sinnvoller Art und Weise die hole ich mir gleich auch noch oh Schande das ist nicht gut das ist gar nicht gut das ist überhaupt nicht gut ah au ah das wäre jetzt sehr cool gewesen wenn ich mich nicht selber getroffen hätte weil ich vier Stück erwischt habe leider habe ich mich selber getroffen also war es nicht so gut oh das ist doch schön los machen wir erstmal den da kaputt ah so oh guck mal ein Cursed Horn äh Cursed Horn nicht Cursed hm ja komm wir haben noch Bomben gibt es noch Münzen finde ich okay ich gehe jetzt erstmal hier lang dann kann ich mir nämlich gleichzeitig noch hier die die mal angucken infested na super bringt mir nix also nicht wirklich oh Gott oh Gott nicht geht weg blam blam und blam so eine muss ich mir jetzt natürlich aufheben eine Auflage ich gehe erstmal da links noch lang wir könnten auch noch in die Arkade gehen und theoretisch dann noch irgendwelche Sachen aufsprengen wenn da noch irgendwas ist was sich aufzusprengen lohnt heißt das natürlich boom das war gut oh Gott die sind schnell aua aua sie sind vor allem zu schnell ich guck das geht nicht das geht nicht das ist ja unfair das ist ja richtig unfair oh wie gemein war das denn toll ich bin einfach zu langsam gegen die super das finde ich ja echt gemein dann wie man da ja wirklich quasi gar nichts gegen tun kann ich hab ja gut das mit der Bombe hätte ich mir halt früher überlegen können eine Bombe gegen den zu benutzen so oh Gott ist da noch so ein Viech rausgekommen ein Tower ja prima nö was haben wir hier Wheel of Fortune blam oh ja ein Leben ein Leben ein Leben mhm mhm gehen wir mal kurz in die Arcade wa? oh Gott oh Gott dass war auch klar das hätte mich eigentlich Leben kosten müssen Warte mal nein das war blöd ich hätte das Ding auf die andere Seite legen sollen so Aber es geht nicht. Warum geht das Ding nicht kaputt? Das ist doch doof. Das Bett geht nicht kaputt. Super. So, auf der anderen Seite oder von der anderen Seite aus geht das? Ist gut. So, dann müssen wir doch da hinten lang, wa? Na, super. Prima, prima. Egal. Das gefällt mir nicht. Das ist ein hässlicher Raum. Der gefällt mir so gar nicht. Blam. Ha! Ich habe welche erwischt. Das war hart. Blam, noch einen. Oh Gott. Da haben wir nochmal wieder mehrere erwischt. So, jetzt ist die Frage. Will ich tatsächlich versuchen, ein Zylinder zu treffen? Oder eher nicht so? Eigentlich eher nicht so. Dann hätte ich lieber mehrere auf einmal getroffen. Aber das ist schwierig gerade, weil die jetzt alle irgendwie ganz kreuz und quer in der Rambarumschi. Das war gut. Das war nicht so gut. Oh. Die brauchen gar nicht mehr so viele Treffer, wa? Okay. 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 Äh, ich gehe mal kurz hier rein. Ja, warte mal. Wir können das nämlich einfach so machen. Aha. So, hier ist der Shop. Was haben wir denn da Schönes? Oh, das ist doch wunderbar. Also machen wir das hier. Aha. Lohnt sich richtig. Das ist doch schön. Dann... Wie kommen wir hier oben hin noch? Oh Gott. Nein. Nebenher. Ah. Boom. Hier komme ich jetzt so natürlich nicht hin. Und das war es auch. Mehr ist hier gar nicht. Das ist ja langweilig. Na gut. Dann gehen wir wohl in Richtung Boss. In Richtung Boss. Es ist GERDI. Öh. Puh. Das ist natürlich kein Problem jetzt. Das kann nämlich dauern. Au. Vor allem trifft der mich, weil ich zu langsam tatsächlich bin für den Scheiß. Ich bin zu langsam, um mir sinnvoll auszuweichen. Das ist ja voll fies. Also, ich sehe ja, dass ich langsam bin und so. Und ich bin ja auch kein großer... Wow. Kein großer Fan von Speedzeug. Aber das ist lächerlich gerade. So. Oh, ein Halo. Der ist gut. Der bringt mir gerade noch richtig viel. Oh, und das ist auch schön. Ein Holy Shield. Der ist richtig schön. Den will ich haben. Das geht leider nicht auf. Schade. Na gut. Dann gehen wir weiter. Aber der Holy Shield ist richtig gut. Und der Halo natürlich auch. Das war ein sehr lohnender Raum, möchte ich sagen. Wenn wir zum Beispiel in jedem Raum einen quasi Selbstbeschuss automatisch aushalten, ist das echt nicht schlecht. Ich frage mich gerade, wofür wir die Out-of-Jail-Karte noch gebrauchen könnten, vielleicht. Ich glaube, man kommt damit theoretisch zum Bleistift in den, wie heißt es, zu Mega-Satan rein. Was sehr interessant ist, was mir natürlich jetzt gerade überhaupt nichts bringt, aber ich glaube, es geht. Und das ist die Hauptsache. Da. Nooos. Und dann schieße ich auch noch nebenher. Aua. Aua. Vorsicht. Nein. Au. Irgendwann musste ich ja jetzt vorlaufen. Ha. Und dank Holy Mantle war das nicht so schlimm. Äh. Der. Ne. Ich nehme weiter die Karte mit. Ich kann halt theoretisch, kann die mir auch noch helfen, um einfach aus irgendeinem Raum rauszukommen, den ich nicht machen möchte. Das wäre ja auch schon okay. Irgendwas, das... Oh Gott. Den hier zum Beispiel. Eigentlich, wenn da unten nicht der Shop wäre. Dann hätte ich nämlich keinen Bock auf den Raum. Ah. Ich kriege ihn nicht. Hier. Sehr gut. Doch. Sogar noch ohne. Ohne das Hirn. Ach, ich habe gar keinen Schlüssel. Dammit. Wo war ich? Warte mal. So geht es natürlich auch, nicht? Ähm. Chaos. War klar. Egal. Das hat sich irgendwie ungefähr gar nicht gelohnt, ne? Mit dem Chaos. Weiß natürlich auch überhaupt nicht, was das macht. Außer komische Items spawnen. Ich glaube nämlich, das macht eigentlich noch irgendwas anderes. Was ich nur gerade nicht so richtig drauf habe. Oh oh. Oh oh. Oh oh. So nicht. Blam. Ah. Nein. Nebenher. Ja, nebenher. Na also. Ähm. Jo, das ist doch wunderschön. Da komme ich nämlich einfach so lang. Flöp. Sehr gut. Es gibt sogar einen neuen Schlüssel dabei. Oh Schande. Ähm. Flup. Hat funktioniert. Das ist auch schön. Nein. Bevor es springt. Danke. Puh. So, beziehen die mal ein bisschen zusammen. Dann. Ach. Mist. Und dann machen wir das so, dass es einfach trotzdem nicht funktioniert. Ähm. Also, berριen. Ja. Ich bin parent.